Es gibt Neuigkeiten zu Overwatch. Wir haben einen Releasetermin und Informationen zum Pre-Order-Content. Das gute Ding soll im Frühling 2016 rauskommen. Geplant ist hierbei der 21. Juni und wie man schon sehen kann, wird das Ganze auf drei Plattformen erscheinen. Der Xbox, der Playstation und natürlich auf dem PC. Bekannt ist derzeit die Origins Edition, die man sich für 40 Dollar vorbestellen kann. Bei uns wahrscheinlich dann für 40 Euro. Diese Edition enthält fünf verschiedene Overwatch-Skins, zudem noch digitale Inhalte für weitere Blizzard-Spiele. Alle, die das ganze Ding vorbestellen, bekommen zusätzlich noch einen Widowmaker-Skin dazu, den man hier schon im Bild sehen kann. Einzelne Details zu den Goodies könnt ihr in der Beschreibung finden. Was haltet ihr davon, dass Overwatch erst im Juni rauskommt, ihr immer noch meine Videos anschaut und die Beta immer noch nicht habt? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich drauf. Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich drauf. Schreibt es mir auf. Schreibt es mir auf. Scht tilts findet ihr Euch doch vor. incinterest für alte Gegehäste Czylialnares Gؤnen Gäste. Schreibt es mir auf.